Ihr wollt diese Version haben. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTurzTV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute die neuen Top Stichsäge im 18 Volt Segment von Bosch an und zwar die GST 18V 155 als Bügelversion und als Stabversion. Und heute sollst du auf jeden Fall dranbleiben, denn ich sage dir eins, du willst diese Säge. Heute also ein Video von jemandem, der gar keine Stichsäge mag. Es klingt komisch, oder? Wir schauen uns heute die 18V 155 SC, diese hier und die BC an. Und wenn die mal uns ganz im Detail anschauen und auch anschauen, was ist der große Vorteil von diesen Sägen? Und warum sollte man auf jeden Fall genau diese Säge im Repertoire haben? Warum mag ich Stichsäge eigentlich? Ich habe ganz früher in jungen Jahren, ja, schon ein paar Jahre her, habe ich mit ganz einfachen Stichsägen gearbeitet. Die einfachste Version und das auch immer in der Bügel Variante. Und ich hatte immer folgendes Problem. Bei den Sägen war es so, dass der Schnitt nicht schön gerade war. Und genau darüber müssen wir heute auch sprechen über einen wunderschönen geraden Schnitt, weil das können die Sägen hier. Das andere Thema war, ich kannte nur die Bügel Varianten, die mir auch immer irgendwie nicht so richtig getaugt haben. Bis heute übrigens nicht. Aber der eine oder andere arbeitet doch lieber mit einer Bügel Variante. Heute ist es so, dass ich mit der hier, mit der 18 VL IS extrem gerne arbeite. Das finde ich eine Säge, die ich sehr häufig in der Hand habe, dass mein Problemlöser steht hier immer bei uns hier an der an der Werkstatt waren. Und seitdem ich die hier im Einsatz habe, das sind so auch schon drei, vier Jahre, habe ich wirklich Spaß gefunden an Stichsägen. Und erst recht, seitdem ich die hier hatte, die 155 SC, muss ich sagen, das ist ein komplett neues Level. Ein Hinweis, wenn du diese Säge mal im Einsatz sehen möchtest, gegen andere Sägen und zwar gegen Festool und gegen Makita und wie sie sich da vor allem geschlagen hat. Und ein kurzer Hinweis, sehr gut, dann schau dir das mal an. Oben verlinke ich das Ganze und auch unten in der Videobeschreibung ist es drin, weil es ist echt erstaunlich gewesen, wie gut sie sich gegen die Konkurrenten geschlagen hat. Ob sie der Gewinne war, werdet ihr dort sehen. Aber jetzt schauen wir uns erst mal die Sägen im Detail an. Ach so, ein Hinweis noch. Und zwar, falls ihr euch wundert, hier die alte in Gänsefüßen, die alte VLI, hier die beiden 155er, da stehen ja noch zwei. Wir haben hier die 125er und zwar die GST 18 V 125 als Bügel und als Stab Variante. Die kann ich euch heute noch nicht zeigen. Da darf ich noch nicht so tief in die Details gehen. Ihr seht aber, es wird auch noch eine andere Version von den beiden Sägen gehen. Ich sage euch jetzt aber schon, ihr wollt diese Version haben. Und warum? Darum geht es jetzt. Fangen wir doch einfach mal mit dem Preis an. Wo liegen wir denn da eigentlich? Wir haben hier einen Preis von so rund 170 Euro. Wenn dich dafür interessierst, unten in der Videobeschreibung findest du den ehrlichen Preisvergleich. Und ich muss sagen, das ist natürlich ein Einführungspreis, weil die Geräte gibt es erst seit kurzem. Und wie sich der Preis entwickelt, wissen wir alle nicht. Aber ich würde den Preis noch ein bisschen relativieren wollen. Es gibt Stichsägen, das weiß ich auch, im günstigsten Segment mit Kabel, ganz wichtig, schon so ein Bereich 50, 60, 70 Euro. Das, was wir hier haben, ist aber etwas ganz anderes als diese Sägen. Und wir haben hier Hochpräzisions Profi Geräte. Das sind wirklich, wirklich richtig gute Geräte. Das ist quasi so High End Class. Natürlich weiß ich, dass es auch noch Geräte gibt, die noch teurer sind als diese. Aber ob die besser sind? Schreibt mal gerne unten die Kommentare, gegen wen ich diese Säge noch mal antreten lassen soll. Gegen Festool und Makita habe ich es ja schon gemacht. Vielleicht gibt es noch andere Hersteller, wo ich sage, das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Auf jeden Fall ist es so, dass hier ich nur sagen kann, den Preis, den gerade diese Säge hier aufruft, mit so um die 170 Euro, ist sie auf jeden Fall wert und zwar jeden Euro wert. Und wenn ihr ein Gerät ins Auge gefasst habt, so im Bereich 150 Euro mit Akku und ich würde schließlich nur mit Akku nehmen, allein wegen der Flexibilität, dann überlegt euch noch mal genau diese Säge, die ihr ins Auge gefasst habt, gegen diese in den Funktionen, also schaut euch die Funktionen an, welche Säge kann was und ob das hier nicht vielleicht doch eher das ist, was ihr haben wollt. Am Ende habt ihr dafür hier eine Säge, wo ihr über viele Jahre mit Spaß habt und ob es da 50 oder 100 Euro mehr oder weniger sind, ist dann eigentlich auch nicht so wichtig. Aber kommen wir jetzt mal zu den technischen Daten und da sind genau zwei Dinge für dich relevant. Und ich zeige dir hier mal alle technischen Daten für die Geräte. Und zwar Nummer eins der Hub. Wir haben hier einen Hub von 26 Millimetern. Insofern es geht 26 Millimeter hoch und runter. Das ist ja natürlich sehr, sehr wichtig für die Geschwindigkeit und den Fortschritt, also den Sägefortschritt, den du hast. Das zweite Thema ist das Thema Geschwindigkeit. Und hier haben wir 800 bis 3800 Hübe, weil ich will immer Umdrehung sagen, Hübe hoch und runter. Insofern ist es so, dass wir wirklich sehr, sehr schnell einen Fortschritt haben. Lass uns am Anfang über das Thema Griffposition sprechen. Und das ist bei den beiden sogar noch interessanter als bei der hier. Aber vielleicht erst mal noch mal zur Wiederholung. Wir haben hier eine Bügel Variante, wir fassen hier von oben an. Und ich finde, dass hier diese Variante an sich ist eher eine Variante für ich länge mal schnell irgendwas ab, weil ich arbeite mal schnell so zack, zack, zack und so. Das ist alles okay. Ja, natürlich kann ich da auch diese Variante nehmen. Ich persönlich bin immer der Freund dieser Variante hier. Akku nicht festgemacht dieser Variante. Hier ist es so, dass du einfach viel näher unten am Werkstück bist und es viel präziser führen kannst. Aus meiner Sicht gerade für 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 Schnitte, für sehr enge Schnitte ist das hier. Eher also für enge Radien und so ist das hier viel eher geeignet, weil du viel genauer das hier führen kannst. Und hier oben bist du so weit weg. Da hast du eher so dieses 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 kippelige Moment. Deswegen mag ich das nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht das Gefühl habe an so einer Säge. Aber lass uns das mal wegnehmen. Wir werden uns auch immer gleich mal die Unterschiede zwischen dieser und dieser Säge angucken. Es gibt etwas anderes, was sehr interessant ist. Und zwar hier ist es so, dass die alte VLi ist. Und ich sage immer, das ist ja nicht schlecht. Das ist eine schöne Säge, mit der man super arbeiten kann. Aber wenn ich jetzt hier meine Hand anlege, ist es so, dass zwischen Sägeblatt und meinem Finger habe ich hier einen Unterschied von etwa so acht, achteinhalb Zentimeter. Das ist hier relativ weit weg. Wenn ich jetzt diese Säge in der Hand habe, ist hier das Sägeblatt. Hier habe ich nur viereinhalb Zentimeter. Das heißt, ich komme noch näher ans Sägeblatt ran und habe eine noch direktere Führung. Das heißt, diese Griffposition, die finde ich wirklich super interessant, weil du einfach dichter dran bist, direkter am Material, direkt am Blatt. Du hast das Gefühl, dass du quasi das Blatt, wenn du es hier so in der Hand hast, es ist so, dass du hier ist ja der Motor. Du bist so dicht dran und kannst das so genau fühlen. Das ist einfach anders und es fühlt sich auch anders an als bei dieser Säge. Und ich hatte hier schon das Gefühl, dass ich direkt dran bin. Das ist wirklich irre. Übrigens, ja, natürlich weiß ich, dass man mit der Säge eigentlich natürlich so sägt. Das heißt, du sägst von unten hier am Material, damit du hier ausrissfrei arbeiten kannst. Super. Alles kein Thema. Kann man so machen. Ich arbeite, wenn ich möchte, aber auch durchaus von oben mit dem hier und kann hier wunderschön arbeiten, kann mir das von oben angucken. Das geht genauso. Das heißt, je nachdem, wie ihr das bevorzugt, könnt ihr entsprechend von beiden Seiten arbeiten mit der hier genauso. Mit der hier von unten arbeiten ist nicht möglich. Das geht einfach nicht, weil du kannst es nicht drücken. Das ist dafür nicht gedacht. Mit der hier kannst du nur entsprechend von oben arbeiten. Noch ein Hinweis. Theoretisch ist es ja so, dass ihr von unten arbeiten müsst, um oben einen ausrissfreien Schnitt zu haben. Aber dafür gibt es spezielle Blätter inzwischen von Bosch Expert. Die sind beidseitig verzahnt. Das heißt, sie haben eine Verzahnung in die eine und in die andere Richtung. Dadurch habt ihr von beiden Seiten ausrissfreie Schnitte. Wenn dich dafür interessiert, habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Findest du hier oben ist unser Standardblatt. Inzwischen nutzen wir eigentlich immer. Und dann kannst du mit dieser Säge will ich in allen Varianten arbeiten. Oben, unten, rechts, links, was immer ein ausrissfreien Schnitt. Insofern die Begriff Position sehr wichtig. Und was ich auch im Gegensatz zu anderen Varianten beziehungsweise anderen Sägen gut finde, ist wie gut oder wie klein der Griff ist. Schau mal hier, meine Finger, die berühren sich fast. Und ich habe eine normal große Hand. Das heißt, ich kann es auch wirklich gut umfassen und hier entsprechend gut arbeiten. Ich habe es immer im Griff und kann dann loslegen. Ich weiß, lange Räder, kurzer Sinn, super Griff. Aber das ist etwas, was viele, glaube ich, auch in diesen Reviews oder in den Vergleichs, wie es gar nicht so auf dem Schirm haben, mir aber total wichtig ist und man eigentlich am ehesten erfüllt. Wenn ihr die hier mal in der Hand habt, dann probiert das mal aus, wie dicht ihr dran seid. Das ist echt gut. Jetzt müssen wir das Gerät aber auch einschalten. Und da gibt es einen großen Unterschied und der ist nicht zu unterschätzen. Und zwar haben wir hier die alte, die VLI. Das ist so. Ihr müsst das Ganze hier mit dem Daumen einschalten. Und das war an einer Position, wodurch immer so ein bisschen. Das war nicht richtig schön. Das war so anmachen oder das vielleicht sogar mit zwei Händen gemacht. Es ging jetzt haben wir aber die andere Seite. Und da war das gar nicht möglich. Da kein Schalter. Das heißt, bist du Linkshänder, hast du das nicht angekriegt? Weil mit links musstest du denn hier mit so ein bisschen rumfummeln? Das war nicht wirklich schön. Es geht alles lösbar, aber nicht perfekt. Jetzt haben wir jetzt haben wir bei dem Gerät es anders. Und zwar ist es hier direkt an deiner Daumen Position. Du hast hier so einen relativ weichen Schalter. Da kannst du einfach draufdrücken. Und wieder. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass du es zurückschieben musst, sondern du musst du den Impuls geben und zwar nicht so. Ja, das geht nicht, sondern du machst es so. Und wieder aus. Und das Beste ist, es ist beidseitig. Ich finde es super, dass endlich auch die Industrie davon gelernt hat, dass es halt rechts und links Händer gibt. Ergo, du kannst es mit beiden Händen machen. Ich muss übrigens sagen, ich schalte sie sehr gerne mit dem anderen Finger hier an und mit dem Daumen wieder aus. Warum auch immer. Also es macht richtig Spaß mit dem Schalter. Ein kleiner Hinweis. Wir haben hier auch noch folgendes. Und zwar das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es fällt. Ich zeige das Ganze mal. Ihr habt gesehen, es ist automatisch ausgegangen und zwar nicht. Und jetzt leuchtet es hier auch. Wenn ich noch mal drauf tippe, dann geht es sofort wieder und das ist überhaupt kein Problem. Bei der Bügel Variante ist es nicht so. Bei der Bügel Variante ist es so, dass ihr hier ja den Finger sehr genau dosieren könnt. Schaut mal hier. Je nachdem, wie weit ihr reindrückt. Das habt ihr bei der Variante hier gar nicht. Ja, das ist ganz wichtig. Ergo hier immer volle Power, die ihr eingestellt habt. Und zwar ist es genau der Punkt, die ihr eingestellt habt. Bei beiden habt ihr eine Vorwahlmöglichkeit. Und zwar habt ihr hier folgendes. Ihr habt hier dieses Display. Und hier bei dem Display ist es so. Ihr könnt hier drauf drücken. Dann habt ihr, seht ihr hier, wir sind auf Geschwindigkeit 6. Das ist die höchste Möglichkeit. 3.800 Umdrehungen. Und jetzt haben wir auf Auto. Da kommen wir gleich noch mal dazu. Auf Anlauf sage ich immer dazu. Dann haben wir 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da haben wir nur 800 Umdrehungen. Ihr hört das mit uns auch. Das war laut. Jetzt haben wir aber folgendes. Du sagst jetzt OK, ich möchte eigentlich mit einer sehr hohen Energie starten, aber wir sind zwar mit der sehr hohen Energie arbeiten. Ergo 3.800 Hübe in der Minute, was ein enormer Abtrag ist bei diesem Gerät, was übrigens was ist. Wir haben hier ein Motor, genauso wie entsprechend natürlich in der hier bei der hier war das nicht so, wenn ich mich erinnere. Ergo, wir haben hier auch eine enorme Leistung. Übrigens auch die 155 hat will ich eine, ich würde schon sagen, brutale Leistung. Das haben wir im anderen Video gesehen. Wir haben auch wirklich hohe Querschnitte einfach so zack, bumm, durchgeschnitten. Überhaupt kein Thema. Wir haben hiermit übrigens auch schon Eichenbohlen, Buchenbohlen bis zu fünf Zentimeter geschnitten. Juckt ihn nicht, ist ihm einfach egal, sägt er einfach durch. So, jetzt haben wir aber folgendes. Du hast diese Variante, das heißt die Stab-Variante und hast nicht die Möglichkeit, wie hier, dass du langsam anfangen kannst. Weil gerade der Anfang, wenn du ein Material eintauchst, dann möchtest du sehr kontrolliert vorgehen. Da gibt es hier aber einen Automatik-Modus und den zeige ich dir mal kurz. Ich habe das Ganze jetzt also eingestellt auf A wie ASC. Und da ist es so, dass die Geschwindigkeit am Anfang herunter reduziert ist. Und wenn er merkt, dass er Widerstand hat, das heißt, ich bin im Material drin, regelt er es automatisch hoch. Und das auch bei einer Stab-Variante finde ich wirklich toll. Und ihr hört das übrigens auch gleich an der Lautstärke und an dem Ton. Kommen wir zu einem Thema, was die Geister scheidet und zwar das Thema Sägeblatt wechselt. Erstmal eine Sache ist ganz wichtig und zwar wir haben hier eine SDS-Aufnahme. Und wie wechselt man so ein Sägeblatt? Man muss entsprechend das entriegeln. Und das funktioniert hier wirklich sehr elegant. Wir haben hier die VLI, also die ältere Variante. Und das ist ein Standard eigentlich, den sehr, sehr viele Sägen haben. Wir haben hier sehen wir auch diesen Hebel. Und ich muss jetzt hier an diesen Hebel ein bisschen rumfummeln. Dann wird es leicht ausgeworfen und dann kann ich es rausnehmen. Und ich kann es hier auch so wieder reintun, muss hier aber an diesem Käfig so ein bisschen hier vorbei fummeln und es wird ganz leicht ausgeworfen. Hier bei der Säge ist es wirklich komplett anders. Und zwar ich habe hier das Blatt. Ich kann hier das Blatt einfach einsetzen bzw. so jetzt einfach einsetzen und das war's. Also ergo ich kann einfach hier diesen riesigen Hebel ziehen, entriegeln, raus, entriegeln, wieder rein. Und jetzt ist es fest. Noch mal entriegeln, raus, entriegeln, wieder rein. Hier so jetzt kann ich nicht arbeiten. Ich kann das auch theoretisch hier mit der Hand machen, aber es gibt gar keinen Grund dafür, sondern es macht viel mehr Sinn, an diesem großen Hebel zu arbeiten. Das machen wir jetzt beide Geräte gleich. Und warum scheiden sich die Geister ganz einfach? Die Säge wirft das Blatt nicht aus. Ich habe jetzt bei einigen Videos schon gesehen, dass viele das kritisieren und sagen na ja, wieder viel besser, wenn das rausgeworfen wird und so weiter. Ich muss sagen, ich persönlich, ich kann das verstehen. Wenn es rausgeworfen wird, ist es eine gute Sache, wenn das Blatt heiß ist. Das muss man aber sagen und wir probieren es einfach mal aus. Wenn es heiß ist, kann ich auch sagen, okay, ich mache es einfach so, nimm es raus und nimm halt ein anderes Ausruf. Das finde ich gar nicht so wichtig, sondern manchmal ist es einfach so, ich sage, ich will nicht, dass das rausfliegt. Das soll nicht hier mehr einmal durch die Werkstatt durchfliegen, sondern ich kann ganz entspannt hochnehmen, das rausnehmen, wieder rein tun und so weiter und so fort. Und wenn es denn so ist, dass es denn mal heiß ist, kein Problem. Kennt ihr das? Ihr seht, macht das hier. Das muss doch nicht sein, oder? Ein riesiges Problem von Stichsägen ist häufig genau eine Sache und zwar das Thema Saugen und Blasen. Das klingt komisch, oder? Und zwar ist es so, dass diese Stichsägen viele, viele können überhaupt nicht absaugen. Diese hier kann das mit dem Adapter, was aber viel wichtiger ist. Aus meiner Sicht ist, dass sie blasen können. Und zwar eine Funktion hat, dass sie hier vorne entsprechend das wegbläst. Nämlich wenn ich hier das Blatt drin habe, ich nehme jetzt das Blatt, stecke das hier rein und arbeite vor mich hin. Es ist so, dass hier genau an der Stelle hier vorne sehr, sehr viel Staub und Späne entstehen und die sitzen dort und ich kann meinen Anriss nicht mehr sehen. Das heißt, mein Bleistiftstrich, wo ich auch immer langsägen möchte, sehe ich nicht mehr. Und dafür ist es so, dass in dieser Säge eine Funktion ist, dass das Luft einfach vorne hier raus geblasen wird. Und ich zeige dir das gleich mal. Und das finde ich ist mega, mega, mega wichtig. Das heißt, du hast immer eine freie Sicht auf dein Arbeitsfeld und kannst dort entsprechend gut arbeiten. Und das haben übrigens beide Sägen. Theoretisch hätten sie es ja bei der Säge weglassen können, weil man soll mit der ja auch nur von unten arbeiten. Haben sie gesagt, nee, machen wir nicht, sondern wir können entsprechend auch wunderbar von oben arbeiten. Diese Säge hat übrigens dieselbe Funktion. Da ist es ganz genauso gelöst. Ich zeige dir das mal eingeschaltet. Und damit hört dieses Pusten jetzt endlich der Vergangenheit an und überlegt einmal, wie gut das funktioniert. Ja, also habt ihr gesehen, dass es war ja wie wie so ein Gebläse vorne dran. Das heißt wirklich, ihr habt ein freies Blickfeld. Heißt aber auch, dass natürlich die Späne wirklich vor euch hergetrieben werden. Aber das ist mir persönlich viel lieber, gerade so in der Werkstatt. Egal, Hauptsache ich habe hier erst mal ein freies Blickfeld. Ihr könnt aber auch genau andersrum arbeiten. Das heißt, ihr sagt, nein, ich möchte das Ganze abgesaugt wird. Und wie passiert das? Und zwar durch die Bodenplatte ist hier ein Schlitz drin, um das Ganze abzusaugen und dafür habt ihr hier diesen Adapter. Ich zeige euch mal, wie das geht. Ihr habt hier einen Absaugadapter und ihr seht ihr ganz, ganz, ganz fein hier vorne. Und da ist ein Loch drin. Ich tue das Ganze hier rein, so und so. Jetzt ist auch fest, das hält hier auch dran. Gibt auch ein andere windige Adapter von anderen Herstellen, die hier so irgendwie so ran gefrickelt sind, das hält. Hier könnt ihr euren Adapter ran machen. Ihr habt eine Sache und zwar jetzt könnt ihr das Ganze nicht mehr komplett schwenken. Das heißt, ihr müsst euch vor auf einer Seite entscheiden und dann wird durch die Bodenplatte das Ganze abgesaugt. Ein Hinweis, um ein gutes Absaugergebnis zu haben, solltet ihr hier den anderes Schutz hier entsprechend drauf haben, also diese Kappe aus Plexiglas, die mit dazu bekommt und entsprechend auch diesen Schutz hier vorne drauf haben. Und so auf die Art und Weise habt ihr folgendes geschaffen. Ihr habt das hier, soll ich das mal aus der Näheren? Ihr habt hier einen sehr flächigen Schutz hier drumrum. Und wenn das hier auch noch zu ist, dann schafft ihr einen kleinen Unterdruck durch den Sauger und dann wird das Ganze hier hin abgesaugt. Das Absaugergebnis wird so wesentlich besser. Wenn ihr das hier nicht dran habt, dann wird das Absaugergebnis einfach schlechter. Noch ein Wort zum Thema Absaugung. Das ist bei Stichsägen auf jeden Fall immer ein Kompromiss. Das heißt, es ist keine hundertprozentige Absaugung, auch wenn es hier relativ gut funktioniert. Eine Anmerkung von mir ist folgendes. Und zwar seid vorsichtig mit der Abdeckung hier. Die ist zwar wirklich gut gefertigt und auch schön, also schön, wie sagt man, flexibel. Am Ende des Tages frage ich mich aber, wie lange wird sie wirklich überleben? Also wenn du jetzt jeden Tag mit Absaugung arbeitest, glaube ich, wird das nicht ein ganzes Sägelleben schaffen. Wird man die irgendwann nachkaufen müssen, aber sei es drum. Nur, dass ihr es kennt. Ich persönlich muss sagen, ich habe noch niemals bei der Stichsäge mit Absaugung gearbeitet, weil es irgendwie nicht passt, oder? Schreibt mal gerne unten in die Beschreibung, die Kommentare rein. Was sagt ihr dann zum Thema Absaugung bei Stichsägen? Würde mich echt mal interessieren. Sagt man nicht, das Beste kommt zum Schluss. Und genau darüber müssen wir jetzt reden. Und zwar das Thema Sägeblattführung. Und wenn du jetzt bis zu diesem Moment noch nicht so 100% überzeugt davon bist, genau diese Säge zu brauchen oder auch diese, wenn es denn unbedingt sein muss, dann ist es so, dass du jetzt das Killer Feature bekommst. Und zwar das Thema Sägeblattführung. Und man könnte jetzt sagen, das ist doch nur so ein kleines Stückchen. Aber das entscheidet über Wohl und Wehe deines Schnittes. Dann ist es wirklich so. Und zwar schau dir mal Folgendes an. Du hast hier so ein Blatt, das Blatt wird hier gehalten an der Stelle, nur an der Stelle und muss dann so hier durchs Material. Das kämpft sich natürlich richtig durchs Material. Überlegt euch mal, ihr habt hier vier, fünf Zentimeter Vollholz und wir reden jetzt nicht von einfachem Vollholz, sondern auch von Hartholz. Und dann ist es so, dass das Sägeblatt natürlich hier zum Schwingen neigt. Und guckt mal hier, seht ihr das? Ihr habt hier Folgendes. Das ist wirklich hier entsprechend leicht auch durchzubiegen, so ein Blatt. Und das hier ist schon ein echt krasses Blatt. Wir haben hier ein Blatt mit Hartmetallzähnen, wo ihr folgenden Vorteil habt. Ihr könnt mit diesem Blatt Holz mit Nägeln sägen. Einfach so interessiert das Blatt nicht. Das ist übrigens schon sehr, sehr häufig benutztes Blatt von uns. Und die Zähne sind wirklich noch mal mega scharf. Ich wünsche euch, könnt euch das mal so gefühlt YouTube hier zeigen. Egal. Jetzt habe ich das Ganze nur hier geführt und dann muss das Material durch, dann neigt so ein Blatt sehr schnell zum Flattern. Und dann ist es so, bei dieser Säge ist es anders gelöst. Wir haben hier wieder die VLI, also stellvertretend für eine ganz normale Säge, wie sie am Markt sehr häufig zu finden ist. Und wir haben hier die Aufnahme. An der Stelle seht ihr hier, das ist die Aufnahme. Da ist das Sägeblatt gehalten. Hier wird es hinten nur abgestützt, hier unten. Und dann geht es wieder vor und zurück. Ja, so ist es leider nicht gezogen. Aber schaut mal hier noch mal. Es geht denn hier an der Stelle bis nach hier runter hoch runter. Aber es gibt keine Führung außerhalb dessen. Jetzt gucken wir uns mal folgendes an. Jetzt mal das Blatt wieder raus hier so. Jetzt haben wir hier diese Säge so der Blatt rein und hier mal etwas anderes. Und zwar auch hier wird es von unten gestützt hier vorne. Aber wir haben hier diese kleinen Backen. Vielleicht für euch hier noch mal. Und zwar wird es von dort bis dort hier komplett geführt. Und das ist enorm viel mehr. Ich versuche es mal rauszuziehen. Leider geht das nicht. Moment, ich versuche es mal. Ihr könnt es vielleicht von da sehen, sogar von rechts und links habt ihr hier diese Anschlagbacken wieder festhalten. Dadurch ist es so, dass die Sägeblatt in der Mitte entlang gleitet und vorne nicht so rumeiert und diese Vibration nicht entsteht. Und wenn sie mal entsteht, ist es so, dass eine Rückwärtsbewegung und das Ganze wieder eingefangen wird und dann wieder nach vorne geschoben wird. Auf die Art und Weise habt ihr einfach einen viel, 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 viel besseren Schnitt. Denn wenn ihr euch mal Folgendes vorstellt. Ich nehme jetzt mal etwas Größeres. Ihr habt jetzt hier euer Blatt. Das ist Material, wird hoch und runter geführt, hoch und runter, hoch und runter. Wenn es aber anfängt zu eiern, dann eiert das hier so in der Gegend rum und dann neigt das Blatt dazu, entweder nach rechts und nach links sich zu neigen und dann habt ihr einen Schnitt, der geht so. So und dann geht das bei euch so raus aus dem Material. Viele von euch, die eine Stichsäge haben, kennen das. Je dicker das Material wird, umso eher haben wir keinen 90 Grad winkligen Schnitt, denn ihr habt ja hier einen Tisch und ein Sägeblatt, was genau im 90 Grad Winkel arbeitet und ihr geht rein und auf einmal so wupp. Und dann ganz schlimm ist es dann, wenn es dann anfängt im Material so. Ihr geht rein, dann fängt das an so rum zu eiern und irgendwie so zu sägen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Und das ist aber auch ein Grund, warum ich früher immer gesagt habe, Mensch, nervig. Das war hier bei der VLI schon besser. Hier mit diesen Anschlägen rechts und links ist aber der Hammer, weil ihr wirklich so einen schönen, sauberen, garantierten Schnitt durchs Material habt und gerade schneidet. Probiert das mal mit eurer Stichsäge aus. Und der Klassiker ist zum Beispiel eine Küchenarbeitsplatte. Und gerade bei einer Küchenarbeitsplatte geht ihr durch und da war es bei so günstigen. Und ich hätte vorhin gesagt, die 50 Euro Stichsäge, da habt ihr keine Chance, also in der Regel gar keine Chance, garantiert immer einen schönen, geraden Schnitt hinzubekommen. Und hier könnt ihr sogar Folgendes machen. Die Anschlagbacken könnt ihr noch einstellen. Du hast ja ein Imbus mit dabei, den führst du ein hier an der Seite und dann schau mal hier auf diesen Teil. Das hier kann ich so nah wie es geht an hier an das Blatt ran führen. Nicht nicht drüber drücken, so wie hier. Das macht hier bitte nicht, sondern er macht es so, dass es gerade nicht berührt. Auf die Art und Weise ist es perfekt eingestellt und ihr bekommt wunderschöne Schnitte. Wenn du das Thema Schnitt noch mal anschauen möchtest, bei einem anderen Video, wo ich die Säge getestet habe, auch gegen andere Marken hatte ich ja hier oben verlinkt. Schau es unbedingt mal an. Da siehst du, wie präzise die Säge wirklich sägt. 90 Grad Winkel. Ich lege da auch im Winkel an. Du siehst genau, wie das Ganze funktioniert. Das ist schon echt gut. Was noch zu erwähnen ist und das ist wirklich, wirklich, wirklich erstaunlich, ist die Kraft des Gerätes. Durch die 3000 Umdrehungen und die Tatsache, dass das Gerät so viel Kraft hat und die Umdrehung nicht umdrehen, Hübe auch halten kann, ist es so, dass es aus meiner Sicht von den Geräten, die ich kenne, ist es die schnellste Stichsäge im Akku Bereich auf dem Markt, die ich gesehen habe. Also es gibt vielleicht schnellere. Ich habe es gerne unten mal in die Kommentare. Aber es ist unwahrscheinlich krass, wenn du sie anmachst, auch durch hartes und heftiges Material. Wie schön du sie durchführen kannst und wie schön es durchgleitet. Auch das Thema Kurvenschnitte funktioniert super mit den beiden Geräten. Aber der Motor, der Braschless Motor, den wir drin haben, wirklich mega, mega gut. Und das soll es auch schon wirklich zu den beiden Sägen gewesen sein. Ich kann nur sagen, es gibt jede Menge Killer Features. Das Thema Gebläse, dass das Ganze nach vorne wegbläst, ist eins davon. Diese einstellbare Führung ist auf jeden Fall eins. Das Thema automatisches Hochtouren hier bei der Stab Variante ist auch eins, die die Möglichkeit, das Ganze einzustellen über das Display. Was übrigens habe ich vorhin gar nicht gezeigt, die Variante genauso hat und so weiter und so fort. Schreibt mal bitte, was euch noch zu diesen Sägen interessiert. Schreibt mal bitte auch unten drunter, ob ich der Vergleich vielleicht zu der anderen Klasse, der 225 interessiert oder gegen welche Sägen ich die noch austauschen soll. Finde ich mega interessant, weil ich habe das Gefühl, dass viele von euch sehr gerne diese Sägen einsetzen. Und ich hoffe, dass ich eine Sache rübergebracht habe auf ein paar Euro und Gänse. Und ich weiß, jeder Euro zählt, sollte es aber da nicht ankommen. Denn das hier ist wirklich eine Säge, mit der du unwahrscheinlich lange, unwahrscheinlich viel Spaß haben wirst. Für euch heißt es jetzt ran an die Säge und bis zum nächsten Mal. zum nächsten Mal.